In diesem Video geht es um das Thema Arbeitsrecht. Wir schauen uns die Grundlagen an, grenzen insbesondere das individuelle Arbeitsrecht von dem kollektiven Arbeitsrecht ab und beleuchten immer mal wieder einzelne Gesetze und Normen genauer. Schau dir das Video also auf jeden Fall bis zum Ende an, um keine wichtigen Informationen zu verpassen. Das Arbeitsrecht umfasst zwei Rechtsbereiche, das sogenannte individuelle und das kollektive Arbeitsrecht. Beide Bereiche basieren auf unterschiedlichen Einzelgesetzen, Verordnungen, Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen. Um einen Überblick in diesem Wirrwarr zu bekommen, schauen wir uns erst einmal die Hierarchie im Arbeitsrecht an. An erster Stelle steht dabei das EU-Recht. Danach kommt das Verfassungsrecht eines jeweiligen Landes. Darunter folgen Gesetze und Gewohnheitsrechte, gefolgt von Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen. Erst an sechster Stelle der Rechtshierarchie finden wir den Arbeitsvertrag. Der Bereich, mit dem wohl die meisten von uns vermutlich am ehesten direkte Berührungspunkte haben. Abschließend folgt nur noch das Direktionsrecht des Arbeitgebers. Wichtig zu wissen ist bei dieser Rechtshierarchie, dass die jeweils obere Ebene ganz klar den Rahmen für die folgenden Ebenen vorgibt. Betrachten wir nun einmal das individuelle und das kollektive Arbeitsrecht näher. Falls du dir nicht sicher bist, wie du die beiden Bereiche unterscheiden kannst, merke dir folgendes. Das individuelle Arbeitsrecht betrifft meistens den Einzelnen, während das kollektive Arbeitsrecht meistens mehrere Arbeitnehmer betrifft. Das individuelle Arbeitsrecht regelt die Beziehung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Dabei hat sowohl der Arbeitnehmer als auch der Arbeitgeber gewisse Rechte als auch Pflichten. Die Grundlagen dafür sind das Arbeitsvertragsrecht und das Arbeitsschutzrecht. Starten wir mit dem Arbeitgeber. Dieser hat zum einen das Recht auf die Organisation von Arbeitsabläufen. Dazu zählen zum Beispiel Aufgabenstellungen. Er hat aber auch das Recht auf Erteilung von Weisungen an den Arbeitnehmer. Das nennt sich Direktionsrecht. Jedoch überwiegen für den Arbeitgeber eindeutig die Pflichten. So hat er eine Lohnzahlungspflicht, die gleichzeitig auch seine Hauptpflicht ist. Er hat aber auch eine Fürsorgepflicht. Dazu zählen besonders schutzwürdige Interessen wie Lautstärke, Pausenzeiten, Arbeitssicherheit sowie Datenschutz und Fluchtwege. Neben der Fürsorgepflicht gibt es noch die Beschäftigungspflicht des eingestellten Arbeitnehmers und eine Zeugnispflicht, die allerdings nur dann zum Tragen kommt, wenn der Arbeitnehmer ein Arbeitszeugnis anfordert. Der Arbeitgeber ist also nicht verpflichtet, ein Arbeitszeugnis aus Eigeninitiative heraus zu erstellen, wenngleich es viele größere Unternehmen trotzdem so handhaben. Neben diesen ganzen Pflichten muss der Arbeitgeber die Lohnsteuerkarte aufbewahren und Lohnsteuer bzw. die Sozialversicherungsbeiträge ordnungsgemäß berechnen und auch abführen. Und damit kommen wir zum Arbeitnehmer, bei dem das Ganze zumindest ein bisschen übersichtlicher gestaltet ist. Vorab eine kleine Unterscheidung, und zwar zwischen Arbeiter, Angestelltem und Leitendem Angestellten. Arbeiter sind überwiegend körperlich tätig, Angestellte hingegen primär geistig. Leitende Angestellte nehmen eine Sonderrolle ein, da sie die Arbeitgeberfunktion waren, indem sie beispielsweise Arbeitsverträge unterschreiben oder auch eine unter Umständen anstehende Kündigung. Leitende Angestellte werden daher auch nicht durch den Betriebsrat vertreten. Aber nun zu den Rechten und Pflichten. Arbeitnehmer haben das Recht auf Lohnzahlung, Fürsorge, Beschäftigung und auch ein Zeugnis. Du merkst also schon, die Pflichten des Arbeitgebers sind die Rechte des Arbeitnehmers. Genauso verhält es sich auch umgekehrt. So hat der Arbeitnehmer eine Arbeitspflicht und auch eine Treuepflicht. Damit du zumindest mal einige Gesetze und Verordnungen in diesem Zusammenhang gehört hast, erklären wir dir ganz grob das Arbeitsschutzrecht. Auch wenn es eventuell etwas trocken wird. Wir machen es auch so kurz und knapp wie möglich. Versprochen. Da hätten wir zum einen allgemeine Schutzbestimmung. Dazu zählt die Arbeitsstättenverordnung, die solche Sachen wie Belüftung oder Beheizung regelt. Aber auch das Arbeitszeitgesetz, für die Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeitszeitgestaltung. Das Kündigungsschutzgesetz und das Entgeltfortzahlungsgesetz sind vermutlich selbsterklärend. Neben den allgemeinen Schutzbestimmungen gibt es auch noch spezielle Schutzvorschriften. Dazu zählen das Berufsbildungsgesetz sowie das Jugendarbeitsschutzgesetz und Mutterschutzgesetz. Wenn du gerne mehr zu diesen Gesetzen wissen möchtest, schreib es uns gerne in die Kommentare, dann werden wir dazu ein separates Video erstellen. Und damit haben wir das Thema individuelles Arbeitsrecht auch schon abgehakt. Machen wir also weiter mit dem kollektiven Arbeitsrecht. Das kollektive Arbeitsrecht regelt das Recht zwischen den Sozialpartnern. Damit gemeint sind Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände, die die Interessen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber vertreten. Im Mittelpunkt stehen dabei die folgenden drei Bereiche. Das Tarifvertragsrecht, das Arbeitskampfrecht und das Betriebsverfassungsgesetz. Und die schauen wir uns jetzt an. Starten wir mit dem Tarifvertragsrecht. Der Tarifvertrag ist ein schriftlicher Vertrag zwischen der Arbeitnehmervertretung und Arbeitgebervertretung. Er regelt zum einen Mindestbedingungen. Abweichungen, die positiv für die Arbeitnehmer sind, sind zulässig. Beispiel, der Tarif sieht ein Gehalt von 3000 Euro für dich vor. Dein Arbeitgeber möchte dir aber unbedingt 4000 Euro zahlen. Dann ist das erlaubt. Auf diese Mindestbedingungen dürfen Arbeitnehmer auch nicht verzichten. Das regelt der sogenannte Grundsatz der Unabdingbarkeit. Der Tarifvertrag regelt zudem den Geltungsbereich. Sowohl räumlich als auch fachlich und persönlich. Beispiel, der Tarifvertrag gilt speziell für die Auszubildenden, der Metallindustrie im Bundesland Bayern. Unterscheiden kann man zudem nach unterschiedlichen Arten von Tarifverträgen. Wie Lohn- und Gehaltstarifverträgen, Manteltarifverträgen und so weiter. Der zweite Bereich des kollektiven Arbeitsrechts ist das Arbeitskampfrecht. Dieses kann bei kollektiven Auseinandersetzungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern zum Einsatz kommen. Klassische Maßnahmen sind Streiks und Aussperrungen. Wobei es in der Praxis meist eher zu Streiks kommt. Diese Auseinandersetzungen werden durch Gewerkschaften auf der Arbeitnehmerseite und durch Arbeitgeberverbände auf der Arbeitgeberseite ausgetragen. Eine wichtige Info, der Betriebsrat darf nicht zu Streiks aufrufen. Abschließend bleibt uns noch das Betriebsverfassungsgesetz. Im Betriebsverfassungsgesetz werden die Mitwirkungsrechte der Arbeitnehmer geregelt, sobald der Betrieb mindestens fünf Mitarbeiter beschäftigt. Die wichtigsten Regelungen sind Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates, Betriebsvereinbarungen und die Einigungsstelle. Was der Betriebsrat so alles darf und was nicht und welche Vorteile ein Betriebsrat für dich hat, das erklären wir dir in dem Video, was wir oben auf der Endcard verlinkt haben. Die gesamte Playlist für den Bereich Human Resources findest du wie gewohnt unten verlinkt. Vielen Dank, dass du bis zum Ende dran geblieben bist und bis zum nächsten Video.